Zwischen zwei weißen Fahnen geht es weiter in der Serie Wer hasst wen mehr. Zwischen Gob und mir, er, Ben & Ed, ich, Cuphead, nicht Cupcake, und endlich komme ich mal wieder zu einer Aufnahme. Ich habe mich irgendwie gestern nicht ganz dazu durchringen können, das war nicht mein Tag. Ich möchte auch noch kurz anmerken, die Aufnahme ist nicht professionell im Sinne des Audios schon gar nicht, weil es ist übersteuert und ich kriege es einfach nicht hin bei OBS, dass ich was einstelle, womit das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn ich schreien sollte irgendwann in diesem Let's Play, was wahrscheinlich noch kommen wird, oder mit Pfeife, weil die Musik so geil ist, das ist sehr wirklich, hat man ja schon den ersten Teil gemerkt beim Pfeifen, dann klingt das einfach total beschissen. Aber das ist ja eigentlich lustig, oder? Also ich finde es lustig, demnach ist es mir auch scheißegal und ich werde mir einen Kehrricht, und zwar einen Feuchten, nicht scheren. Oder doch. Okay, wir machen weiter. Die Frage ist nur wo. Ah ja, ich wollte euch noch was zeigen, und zwar bin ich letztens draufgekommen, wieso ich mit diesem Sprinten nicht durch den Gegner durchgehen konnte, ohne Schaden zu nehmen. Man musste das noch ausrüsten hier. Im Menü musste man das als Amulett ausrüsten, warum auch immer das ein Amulett ist. Übrigens, bitte gut zuhören. Jawohl, es ist wieder mit am Start. Das Stimmenöl-Wasser. Ich möchte nämlich, falls ich einen kleinen Schreikampf kriege, nicht unbedingt Schmerzen im Hals haben. So, wir reden mal mit dem Lustigen, das schaut irgendwie cool aus. Wie bitte, ihr wollt auch mal mit deinem Flugzeug fliegen? Ha! Ihr kommt erst ins Cockpit, wenn ihr dieser Bauplan erstattet habt. Okay, dann studiere ich mal die Baupläne. Flugzeugbauplan betreten. Oh, oh, ein Level. Anscheinend. Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was da auf mich zukommt. Also gut, rechte Taste ist Normal schießen, B ist Spezial, ja, das ist soweit okay. Parieren jederzeit, ja, das ist eh auch normal. Und Mini gedrückt halten, um kleiner und schneller zu werden. Aha. Gut, das einzig Neue ist also der linke Knopf für Miniatur. Whatever. Ich bin fertig. Ah ja, cool. Ach so, das war nur die Anleitung. Na dann. Wahrscheinlich ist das der erste Level. Hilderberg. Aha. Ah, also gleich wieder ein Boss, oder was? Ich tue mal wieder auf normal. Ich tue normal, normal. Oh boy. Komm zu Papa. Oh, gleich mal direkt reingeflogen in den allerersten Teil. Ah, okay, wenn man es gedrückt lässt, ist es mal kleiner. Oh. Okay. Okay. Hilderberg. Oh Gott, wie wäre ich denn da wegkommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll, wenn die das macht. Ich hoffe, ich kann dann einfach rauf oder runter. So zum Beispiel, jawohl. Schaut ganz gut aus bis jetzt. Oh fuck. Ja, das... Ich habe gerade noch drauf gedrückt, es war ein bisschen zu spät. Ich versuch. Kann ein bisschen dauern. Aber geil, wenn ich gleich in den ersten Schuss reinglaufen bin. Oder reingflogen. So ungefähr. Da wäre was zum Parieren gewesen. Scheiße. Auf das muss ich ein bisschen besser. Acht geben auch. Oh. Mach du das schon wieder? Oh fuck. Okay, ich habe aber noch drei Leben. Ja, schaut gut aus soweit. Ah, die Dinger kann ich ja auch abschießen. Okay. Also schwer ist es ja gar nicht, wenn man... Ich werde jeden Boss sicher einige Male spielen müssen, bis ich die ganze Mechanik draußen habe. Ich habe gerade pariert. Nimm das! Boom, geil! Okay, ich kann dann also gegen sie fliegen, aber... Nicht gegen ihr Haar, du Arschloch. Ah, nicht gegen ihr Haar! Verdammt, 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 verdammt. Aber es ist geil, es ist wirklich angenehm zum Steuern, gebe ich zu. Auch wenn ich fehlen möge. Weil ich einfach ein Trottel bin und das nicht gut kann. Aber es ist okay zum Steuern. Ähm, scheiße. Scheiße. Okay. Das wird sich, denke ich, mal weiter so drehen. Wow. Was macht die Tepper da da jetzt? Yeah. Nein! Boom! Schakalaka! Wow, 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 wow. Ich darf mich nicht mehr treffen lassen. Komm schon, stirbe endlich, wie verleten die da raus? Das stresst mich, dieser Scheiß stresst mich irrsinnig. Auch wenn er cool zum Steuern ist, stresst er mich. Nein, 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 nein. Alter, schaut er das an! So knapp vom Ziel! Okay, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Hm. So knapp vom Ziel! Holy shit! Aber jetzt, 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 jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Das wusste schon, äh... Ich weiß ja nicht, wer. Ich frage mich, ob ich vielleicht jedes Mal, äh... Wenn ich die Möglichkeit habe, sofort... Ja, wieso? Nein! Nein! Ob ich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, sofort das hier tun sollte? Äh, äh, okay, wieso habe ich mich jetzt nicht verwahren? Äh? Das... Sorry, das verstehe ich nicht. Nicht ganz. Entschuldigung. Einmal verwandle ich mich in eine Bombe. Und kann auf sie zusteuern. Und einmal... Nicht. Ah, vielleicht, weil ich vorwärts gedrückt habe. Das könnte ich noch ausprobieren. Was damit irgendwas zu tun hatte. Wenn ich jetzt nur die Taste drücke. Ja, Alter! Ach so. Was? Nein, sorry. Kapier ich nicht ganz. Wahrscheinlich... Oder vielleicht muss ich voll aufkladen sein oder sowas. Ich habe auch nur mal ein Leben. Das wird ein bisschen... Ich glaube, ich glaube, die Folge wird nur diesen Boss beinhalten, bis ich den mal irgendwann knacken konnte. Weil ganz so viel Geduld habe, weil ganz so viel Geduld habe ich glaube ich dann nicht, dass ich dann gleich direkt weitermache. Mal schauen. Schon wieder eins verpasst. Scheiße. Ich bin jetzt mal wieder. Ich glaube, das wird noch richtig geschissen. Ich glaube, das wird noch richtig geschissen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, frisst das. Yeah. Oh, man. Eigentlich muss man eher auf so wenig achten bei dem Boss. Wieso tue ich mir trotzdem so schwer? Das ist ein Faszinosum. Oder ein Faszifier. Das habe ich nicht gesagt. Schieb da dein Ha-Ha sonst du hin, gell? Nein, 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 diesmal nicht. Diesmal nicht. So, der Trick ist auch, dass man nicht ganz auf ihrer Höhe ist, wenn sie eben Hi-Hi-Hi macht. Die ist so lustig. Oh yeah, jetzt habe ich es wieder. Oh, komm, 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 yes. Anscheinend wirklich, wenn ich voll aufklaren bin oder so. Oh. Ich habe noch zwei Leben. Jetzt konzentriere ich gerne. Erstmal schaffst du das. Yes. Nein. Nein. Oh, fuck, das war verschwendet. Oh. Jetzt aber. Oh, fuck. Okay. Ah, durch Sprinten kann ich auch hier ausweichen. Zack. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich das erst gemerkt. Ganz ruhig bleiben. Yes. Knockout. Goodbye. Fuck. Und das war noch leicht. Na ja, vielleicht bin ich auch einfach ein kleines Nervenbündel. Ich bin einfach ein kleines Nervenbündel und ich verwende das falsche Wort dafür und bin einfach nur ein depperter Trottel. Das kann auch sein. Aber hier, wir haben ein B abgestaubt und das ist eine bessere Note, als ich jemals im Gymnasium hatte, glaube ich. Ja, natürlich nicht. Ich hatte auch Einser, aber nicht viele und nicht lang. Ja, weiß nicht, wollen wir doch weitermachen? Wie lange nehme ich auf ungefähr? Ich glaube, zehn Minuten. Jetzt habe ich so wenig. Schauen wir da noch rein. Ich würde gerne in den Garten da noch schauen am Anfang. Das haben wir jetzt ja ziemlich souverän gelöst. Was sagt er dazu? Schätze, zwei Tassen seid bereit für die Lüfter. Aber denkt dran, die Feiger, den deinen ihr pflegt, haben so ihre Kniffe. Eure coolen Bodenangriffe funktionieren da oben nicht. Wobei, ihr könnt immer noch parieren wie die Großen. Denkt dran, euch im Ernstfall zu schrumpfen. Aber Vorsicht, wenn ihr klein seid, da ist der Reichweiter Kaza. Am Anfang, klar. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ähm, pardon. Dieses Let's Play ist alles andere als professionell, aber es sollte einfach nur Spaß machen. Es war in erster Linie mir und dem Zuschauer. Und in zweiter Linie niemanden. So, die Wurzelmeute. Schon wieder einer, oder was? Ach, gehen wir da auch gleich rein. Nichts leichter als das. Ah, jetzt darf ich wieder zu Fuß kämpfen, da bin ich besser. Oh! Oder auch nicht. Okay, ich sollte lieber auf die andere Waffe setzen, glaube ich. Ah, das kann ich parieren. Ich trottel wahrscheinlich. Ah, fuck. Yes. Boom. Frist das. Ich habe gerade pariert, aber macht nichts. So easy und... Nein, ich habe doch wieder pariert. Oh je, was tut er jetzt? Okay. Okay. Ich verstehe, wie das gemeint sein möchte. Nein, ich dachte, die kann ich noch erwischen. Gut, das war mein Fehler. Na ja, erst diese Uhr einfach. Vielleicht sollte das auch der erste Boss sein und gar nicht mal diese blaue Kugel da, die ich am Anfang besiegt habe. Yes. Yes. Aber erst irgendwie laden sich die Karten auch ohne Parieren auf. Ich schaue da nämlich gerade drauf, was ich natürlich auch cool finde. So, und jetzt schalte ich die Waffe um, weil da ist sicher die gescheiter. Kann ich mir vorstellen. Jetzt schießen wir einfach mal volle Kanne drauf. Yeah. Nicht mit mir. Mein Freund. Ja, so ist das doch easy. Easy peasy. Warum nicht gleich so? Haha. Körnel, du machst dir das Leben oft selber schwer. Ja. So. So. Mach mal. Noch einmal. Zack. Und noch einmal. Zack. Knockouts. 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 Easy peasy. Der war leicht. Ah. So. In dieser Folge haben wir einfach mal zwei Bösschen zerbost. Und hier haben wir alles eingesammelt, was es gibt. Yeah. Plus. Ein brandneuer Rekord. Ich frage mich nur, was das mit der Fertigkeitenstufe auf sich hat. Ich vermute, damit ist vielleicht der Level gemeint, dass ich es auf leicht gemacht habe und nicht auf normal. By the way, ich habe das... Ah, cool. Ich habe jetzt voll Bock, das auf normal zu probieren. Das kann doch so schwer nicht sein, oder? Andererseits, ich habe Angst. Haha. Die eine da oben mit dem Fliegen war auf leicht auch schon sehr, naja, sehr unleicht. Ja. Ich werde hier für dieses Mal beenden. Die Folge war ein bisschen kürzer vielleicht. Aber ich hoffe, es wird doch in Ordnung. Ähm. Ich schaue einfach dann, wie es geworden ist und wie lang. Und beim nächsten Mal werde ich das adaptieren. Bis denne. Servus.